Willkommen! Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Zeit, die vor über 13 Milliarden Jahren beginnt. Zuerst ist nichts, dann beginnt alles. Zuerst ist nichts, dann beginnt alles, dann beginnt alles. Die Welt entsteht, ein rotmührender Welt, der langsam abkühlt. Aus dem abkühlenden Gestein formen sich die Vorfarben unserer heutigen Kontinente, umschlossen von einem Urwerk. Und dann das Wunder. Leben entsteht im Wasser. Zuerst Einzeller, die sich zu immer komplexeren Lebewesen entwickeln. Das Leben schafft den Sprung am Land. Der Urzeitkontinent Goldwana entsteht. Goldwana wird zum grünen Kontinent, dessen Herrscher die Dinosaurier sind. Die Dinosaurier sterben vor 65 Millionen Jahren aus. Die versteinerten Knochen der selben Arten, findet man heute auf verschiedenen Kontinenten, als einen Beweis dafür, dass Goldwana einst existiert hat. Im fortwährenden Spiel der Elemente, veränderten sich die Umweltbedingungen auf den neuen Kontinenten. Tier- und Pflanzenarten passten sich diesen Gegebenheiten an und entwickelten sich zu neuen Formen. Tier- und Pflanzenarten. Nur wenige Arten liegen seit Millionen von Jahren in ihrer Grundform fast unverändert. Tier- und Pflanzenarten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020